... aus dem Baujahr 1959, konstruiert im Jahr 1957, eine dieser beiden Maschinen flog unter anderem viele Jahre bei der französischen Kunstflugstaffel Patrouille France. Heute sind diese beiden Jets im Privatamt der Patrouille Tranchant und werden meisterhaft in einer Two-Ship-Fäusten demonstriert von Boug Duval und Jack Crane, Fugger-Magister CM-170. Angetreten von jeweils zwei Tourbogen bzw. den Starfighter wurden darauf trainiert. Und jetzt wieder im Anflug über den Talrad, Patrouille Tranchant. Bis zu 715 km h stelle. Wunderschön in einer großen, weichen, fastwurde Information demonstriert von Boug Duval und Jack Crane. Die Sprache bessert sich von Mal zu Mal. Und jetzt Split-Off und Spiegelflug. Gefällt Ihnen das? Und so wird für die Legas-Tediker unter Ihnen das V-Leitwerk zum A-Leitwerk. Guckt doch noch mal die Buchstaben, da ist doch nicht mal eine Portion. Und im Finale, die Apache-Raul, Patrouille Tranchant. Gut Duval und Jack Crane. Zweifelflug hat ein schöner Anblick hier an Ihnen. Zweifelflug hat es aus. Zweifelflug. So sieht es aus, ja. Vielen Dank. Vielen Dank.